Zum ersten Mal hat England in der ersten Hälfte in einem WM-Match fünf Tore geschossen. Harry Kane mit vier Toren, jetzt mittlerweile ex-equo, mit Cristiano Ronaldo und auch mit Romelu Lukaku. Also das, was die Engländer bisher jetzt gezeigt haben bei der WM, ist das deiner Meinung schon ein bisschen über den Erwartungen? Nein, man muss auch... Nein, das würde ich nicht sagen. Die Engländer haben eine gute Qualifikation gespielt. Ich denke... Herr Hermann hat sich verschluckt. Ich denke... Danke. Danke, besser. Das ist ein küsstensum, Mensch. Okay, ich glaube, wir machen eine Pause, damit sich der Hermann erholen kann. In Kürze geht's weiter bei Michael Bacher. 5 zu 0 für die Engländer. 5. Die Gäste Тo 2. 2. 2. 2. 1. 2.